Jetzt, Mann. Okay. Scheiße auf das Schild. Stufe 11. Als ob. Komm. So. Komm her, Großer. Ja. Wir müssen irgendwie... Hm. Wir müssen dich da rüberkriegen. Aber du fliegst halt nach unten so, ne? Ja. Was haben wir denn hier Schönes? Stopp! Was tue ich? Nein, nein, nein. Moment. So, wir brauchen den hier. So. Wir brauchen den hier. Und dann machen wir das gleiche wie gerade. Right? Wir lassen uns... Wasser spucken. Nö, komm her. Und das? Keine Ahnung, das... Stapeln wir da erstmal. Bestimmt wieder eine smartere Lösung. Aber... Egal. So. Machen wir hier eine Rampe. Komm her, Großer. Hat gereicht. Und da ist der Gong. Das sollte doch von hier mit dem... Parasegel reichen. Genau. Ja, ist doch cool. Haben wir den dritten Gong schon mal. Wenn der Große denn kommen mag. Ja, da bist du ja. Komm her. Genau, mach Gong. Nur noch zwei. Läuft wirklich gar nicht so verkehrt, ne? Jetzt kümmern wir uns um den einen da. Ich gehe mal wieder zurück zum Anfang. Ich glaube, das ist immer besser, um die... Um den Überblick nochmal... ...zubekommen. Sich mal wieder zum Anfang zu porten. Und dann da irgendwie hinzugehen. So. Jetzt wollen wir... Etage... Oh, das ist Etage 4. Ja, moin. Okay, wie kommen wir vom Erdgeschoss in die erste Etage? Scheiße, wir müssen... Alter. Ja. Okay, wie kommen wir nach Etage 4? Boah, wir müssen halt irgendwie gucken... ...dass wir ein bisschen klettern, ein bisschen Deckensprung machen. Irgendwie sowas, oder? Ja. Ja, das ist jetzt schlecht. Ach. So, sparen wir wenigstens ein paar Kapseln. Hätte vielleicht wahrscheinlich sogar schon gereicht, aber... ...dass wir irgendwie gucken, dass wir in die Richtung kommen... ...und dann, dass wir irgendwie nach oben kommen. Genau, Erdgeschoss 1. Der zeigt nach links. Wir wollen eigentlich auch nach links, right? Puh. Jetzt könnte es... ...jetzt könnte es... ...schwieriger werden. Ach, Mann! Ach, Mann! Hier kommen wir schon mal hoch. Ach, wir müssen halt... ...wir müssen es halt irgendwie ausprobieren. Hier sind wir schon Erdgeschoss 2. Wenn wir die Lore benutzen... ...aber die sind kaputt. Irgendwie. Oh, ey! Oh, Kapseln. Her damit. Ach, der lebt noch! Leute, ich dachte, der wäre tot. Glück gehabt. So. Aber vielleicht sind wir hier... ...schon mal gar nicht so verkehrt. Wir müssen irgendwie... ...in die Richtung. Wir müssen irgendwie da rauf. Wir müssen es mit der Rakete machen, oder? Ich glaube... ...ich glaube... ...ich glaube, wir müssen es mit der Rakete tun. Wir müssen es ausprobieren. Nützt ja nichts. Wir speichern hier einmal... ...vorsichtshalber. Man weiß ja nie. So. Und jetzt nehmen wir uns... ...ne Raketenkapsel. Oh, Scheiße. Wir haben noch zwei Stück. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Wir haben noch zwei Stück. Und jetzt go. Mal gucken, was passiert. Ja. Ja, 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 ja. Nice. Go! Geh weg. Puh. Okay, nice. Nice, nice, nice. Und da müsste der... Ja. Wir sind gar nicht mehr so weit weg. Vom Gong. Können wir hier nicht einfach klettern? Mal eben schauen. Klar können wir hier klettern. So. Der Gong befindet sich wahrscheinlich... ...trotzdem dahinter. Erstmal nochmal einen kleinen Überblick verschaffen hier. Nice. Den Pfeil nehme ich gerne. Wo ist der Gong? Ich will ihn nur einmal wenigstens sehen. Aber... Okay, wir versuchen einmal die Felsen da kaputt zu machen. Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Und zwar die hier oben. Oh. Komm raus hier. Oh. Ey. Geht das gar... Was? Doch geht. So. Großer. Ey, ey, ey. Komm mit. Ja. Wofür war das jetzt gedacht? Ich würde jetzt tatsächlich erstmal versuchen, hier hochzuklettern und zu schauen. Hm. Wir können da nochmal Pause machen. Hier nämlich. Und dann einfach mal weiterschauen. Irgendwie nach da oben kommen halt. Hier sind wir aber schon Etage 4. Oh. Es ist ja auch Etage 4. Hier. Oh. Ja, ja. Okay. Ja, nice. Wir sind da. Ähm. Okay. Äh. Wo ist mein Großer? Wo ist unser Großer? Unser Großer. Da. Komm her. Nein. Nein, nein. Ich brauch dich. Okay. Sehr schön. Nur noch einer. Genau. Ach, das geht jetzt wieder hier runter. So. Das ist Erdgeschoss. Hm. Erdgeschoss. Oh, her mit der Rakete. Her damit. Sehr gut. Heißluftballon. Die könnten wir auch verwenden, theoretisch, ne? Ja. Aber wir wollen eigentlich gar nicht runter, oder? Doch. Zwei. Und dann geht es nämlich nach hier. Das ist jetzt nämlich mein Plan. Wir nehmen eine Lore. Wir nehmen eine Lore. So. Fahren hier jetzt runter. Jawohl. Oh. Reicht. So. Und jetzt. Ja, komm, ist gut. Und jetzt möchte ich. Scheiße. Ich glaube nicht so ganz. Doch. Den hier verwenden. Ja. Erstmal schauen, ob das sowas wird. Den hier verwenden. Ich glaube, das könnte so funktionieren. So. Stopp. Jetzt. Stopp. Die Lore nehmen. Hier rüberfahren. Und dann sind wir schon mal eine Etage. Oder. Also. Zwei Etagen. Also eigentlich eine Etage, wo wir hinwollten. Nur eine Etage zu hoch. Aber von der Truhe. Oder von dem Gong. Zwei Etagen zu hoch. Aber vielleicht. Kommen wir da irgendwie runter. So. Etage zwei sind wir jetzt. Und wir müssen ins Erdgeschoss. Dann würde ich jetzt tatsächlich hier einfach einmal runterspringen und auf der unteren Plattform landen. Ach, hier sind wir wieder eins, ne? Ne. Was heißt wieder? Hier sind wir eins. Und das ist Erdgeschoss. Ne. Wir sind jetzt im Erdgeschoss. Scheiße. Ja hell. Wie kommen wir denn... Mhm. 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 Wie kriegen wir denn das Tor auf? Okay, der letzte Gong wird wahrscheinlich der schwierigste, ne? Aber auch nur, weil ich nicht genau weiß, wie wir diesen fucking... Wie wir dieses fucking Tor aufbekommen. Oh, scheiße. Das war natürlich doof. Ja, lass los. Okay. Hallo, kleiner Rafi-Man. So. Jetzt sind wir eine drüber. Wir müssen irgendwie... Keine Ahnung, ey. Jetzt ist hier auf. Dann kommen wir auf die dritte. Dann kommen wir auf die dritte. So. Ne, wir sind immer noch zweit. Wie kommen wir denn eine hoch, ey? Ey, das ist doch eine Truhe. Da sind noch so viele Ventilatoren und... Okay, alles klar. Aber, das nützt jetzt gerade nicht allzu viel. Nice. Holzpfeile. Cool. So. Ich will eigentlich nochmal einen hochkommen, irgendwie. Als ob das gerade nicht ganz reicht. Ich hab doch gedrückt. Klappt das im Flug nicht? Du musst irgendwie da hochkommen, ey. Ja, das funktioniert nicht. Ist klar. Von hier irgendwie wäre das nice, wenn es von hier aus klappen würde. Nein! Link! Link! Nein! Ah, ich will irgendwie hoch! Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, wie wir... Müssen wir überhaupt hoch? Wir müssen ja eigentlich ins Erdgeschoss. Aber das sieht halt für mich so aus, als ob wir... Aber entweder wir müssen das Tor irgendwie aufkriegen. Oder wir müssen uns von oben irgendwo runterfallen lassen. I don't know. Aber warum leuchtet das Tor bei Etage 3? I don't know. Okay. Oh, was verstehe ich denn jetzt gerade nicht? Ich will eigentlich hier rüber. Aber das nützt doch nix. Dann landen wir zwar hier, ja. Aber das Tor wird irgendwie auf Etage 3 gelb markiert. Warum ist dem so? Okay, lasst uns erst mal rüber. Nützt ja nix. Wir kommen hier rüber, ne? Ja, da kommen wir auf Etage 3. Geil. Warum muss denn der Letzte immer so kompliziert sein? Können die nicht alle so sein wie die ersten vier? Wäre doch easy, ey. Hier waren wir vorhin. I know. Der ist kaputt. Irgendwann müssen wir hier auch ein Dings nehmen. Was ist denn das? Wir können es probieren. Das ist nur unsere letzte Raketenkapsel dann. Aber wir müssen da irgendwas probieren, ne? Ne, stopp. Das sollten wir nicht tun. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Hallo, hey, was soll das denn? Was soll das denn? Nicht gut. Ach komm. Ach ist doch okay, 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 alles gut. Ach, ich weiß ja nicht. Ob das so gemacht werden soll, I don't know. Ja, 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 war ja klar. Tja. Werden wir wieder hier, sehr schön. Und haben Pakete verhauen. Auch gut. Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine andere Idee. Wie wir hier einfach einen rüberkommen. Nee, wir müssen von da rüberkommen. Okay, Moment. So, Rakete. Scheiße, wir haben keine Raketenkapsel mehr, ne? Okay, dann, okay, dann kann es vergessen, glaube ich. Oh, dann ist mein Vorhaben, glaube ich, gescheitert. Scheiße. Wir haben keine Kapseln mehr. Stark. Scheiße, können wir nicht irgendwie eine Rakete noch mitnehmen? Doch, das geht doch bestimmt. Hier bräuchte ich auf jeden Fall eine. Wenn nicht sogar zwei, wie ich nehme. Ich versuche mal zwei mitzunehmen. Wir dürfen die halt nur nicht verbinden. Nicht verbinden, einfach nur reinlegen. Und noch eine. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe eine Idee. Okay. Ebenfalls nicht verbinden, sondern nur reinlegen. Jetzt hier rein. Einmal aktivieren. Das ist nicht wahr. Okay. Die Lore mit den Raketen ist oben. Aber wir nicht. Halt's Maul. Wie haben wir das denn jetzt schon wieder hingekriegt? Scheiße. Das hat nicht so ganz hingehauen, ne? Fuck. Tja. Tja. Moment. Doch. Es kann trotzdem noch klappen. Ich habe eine andere Idee. Wir wollen ja da hoch. Eigentlich. Ja doch, doch. Nicht nur eigentlich. Wir wollen da hoch. Dann machen wir es einfach anders. Wir versuchen das mit dem Parasegel. Indem wir uns was bauen. Und zwar haben wir noch diese Flammenköpfe. Genau. Wir nehmen so ein Gerät. Dieses Gerät. Dieses Gerät. Na, wie möglich da dran. Ne. Man nehme. Heißluftballon. Verbinden. Man nehme. A Flammenkopf. Den stellen wir. Da rein. Verbinden. Wir stellen uns hier drauf. Wir lassen uns abheben. Man nehme eine Batterieverlängerung. Und dann Parasegeln wir jetzt hier rüber. Als ob hier nur eine Truhe ist. Halt's Maul, ey. Tja, gut. Ja, gut. Hä, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich wollte eigentlich hier hin. Hä, what the fuck? Okay, nicht so schlimm. Vielleicht. Mal gucken. Und zwar müssen wir dann jetzt einmal in die Richtung. Das passt doch alles nicht. Ach, nee. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Puh. Hier werden wir beim nächsten Mal nochmal weitermachen müssen. Mit dem letzten. Na schiff okay. Ok. Ah. Das war'sгу. Das war's Dude. Das war's. Oh no, es war's. Ich bin jetzt noch nicht einmal verletz. Ah. The donße. Ich bin jetzt auch nicht ein riesigerydd. Ange associiert. Können wir vielleicht... Wir haben ja jetzt genug von denen hier, ne? Leg dich hin. Okay. Funktioniert nicht. Schade. So, der hier führt nach da. Wie kommen wir zu dem nach rechts? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, wieder runter. Das hat auch nicht so viel genützt. Wie es scheint. Boah, das ist knifflig, oder? Ich stelle mich doof an. Eins von beidem. Okay, wir gehen einmal hier rüber. Wir gehen einmal hier rüber. Nein, nein, nein. Oh, stopp. Link. Keine Panik. Ich hatte keinen Bock, jetzt irgendwas zu bauen, ey. Wirklich nicht. Ja, das habe ich davon. Das habe ich davon. Oh, nein. Das habe ich davon. Aber das schaffen wir aber, hier hochzuklettern. So, Etage 2. Etage 2. Etage 2. Wir können ja hier immer wieder rasten. Ich weiß es nicht. Bisschen mühselig, ja. Aber, I don't know. Die kommen ja gar nicht höher, ne? Fuck. Fuck you. Ah. Oh, doch kann man irgendwie schaffen, aber... Man. Es ist doch scheiße. Okay, wie wäre es, wenn wir jetzt das normal machen? Ja. Ja, wir müssen es normal machen. Ist aber auch wieder das letzte Mal, dass wir es machen können. Das ist halt das Problem an der Sache. So. Weil wir nur noch einen heißen Fallon haben. I don't know. Ja, die ganzen... Alle Schalter waren... Haben wir uns voll gut angestellt. Ging voll gut. Ich weiß nicht, ob der letzte einfach nur echt schwierig ist. Oder ob wir uns diesmal... Nicht ganz so clever anstellen. So. So. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Das ist schon mal gut. Das ist ja schon mal ein relativ gutes Zeichen. Oder nicht? Das ist doch ein gutes Zeichen, oder nicht? Waren wir da runter? Waren wir da runter? Ah, ich traue mich nicht. Tja. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen irgendwas probieren. So. Okay. Aber dann geht es wieder runter, ne? Das ist doch scheiße, oder? Wir wollen hier doch eigentlich nicht runter, oder doch? Und dann geht es da wieder... Nee, Alter, was zum Fick. Wollen wir nicht irgendwie auf diese Schiene und dann... Hier weiter? Und dann würden wir da direkt rauskommen? Nee, das ist nämlich Etage 4. Wir müssen in Etage 3. Boah! Ich habe absolut keine Ahnung, ey. Wirklich nicht. Heilige Scheiße. Ich habe absolut keine Ahnung, ey. Hier hinter ist der Gong, ja? Sehe ich das richtig? Oder was? Ja, irgendwie klar... Ja, irgendwie... Da ist eine Truhe. Boah! Jungs, 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 Jungs. Was macht das Spiel hier jetzt gerade, ey? War alles so entspannt, ne? Eigentlich. Der Feuertempel. Aber hier jetzt? Nicht gerade. Hallo, Raffi. Ja, irgendwie hier rechts. Ja, ja, ja. Probier noch ein bisschen aus und dann... ...mach ich jetzt gleich... ...Schluss für heute. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Oh, Raffi. So komme ich auch nicht weiter. Moment, hier sind noch Wächter. Da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Wir probieren es aus. Aha, aha, aha. Ja, was nützt das? Das nützt das absolut gar nix. Schön und gut, dass wir hier noch nicht waren, aber... ...es bringt halt nix. Nochmal zehn Pfeile, das ist okay. So, jetzt sind wir... Ich dachte halt die ganze Zeit, das hier wäre das Erfolgsversprechende. Weil wir dann hier landen, aber das ist es gar nicht. Das ist es gar nicht. Der führt nach hier. Ne. Vielleicht müssen wir aber auch... Boah, ich bin da echt überfragt. Bei dem... Hier ist noch ein Tor. Ich will irgendwie hier hinkommen. Da will ich irgendwie hinkommen. Ich weiß nicht wie. Okay, eine Sache probieren wir jetzt noch. Dann mache ich erstmal Schluss für heute. Jetzt müssen wir eigentlich nur eine Etage runter, oder nicht? Oh, hier, mein Dickerchen. Aber wie kriegen wir den hier hin? Ja. Okay, Moment. Okay, Moment. Vielleicht habe ich was herausgefunden. Das will ich jetzt nochmal eben testen. Und dann... Ja, könnte jetzt wieder ein bisschen mühselig sein. Aber egal. Dann wollen wir einmal kurz noch probieren. Und dann ist Schluss für heute. Ich glaube, ich weiß, wo das Tor hinter versteckt ist. Ich glaube, ich weiß, wo das Tor hinter versteckt ist. Und dann ist das Problem. Dann weiß ich wieder nicht mehr, wie ich nochmal da oben hingekommen bin. Das wird dann auch nochmal wieder so eine Sache. So, Dickerchen. Kommen wir, ja? Genau. Sehr schön. Wie kommen wir jetzt da hin? Ja, Philo, gleich. Gleich, gleich, gleich. Vielleicht klappt das. Ich probiere mal eine Sache aus. Oh, Herrgott, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Sehe ich ein. Aber egal. So. Verbinden. Und noch einmal. Ach, ich bin doof. Mann. So natürlich. Natürlich. Hallo. Was tust du? So. Das klappliert nix, ne? Ah, ich glaube, das klappliert nix. Okay, 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 okay. Aber wir sind wenigstens schon mal der Sache wieder ein bisschen näher gekommen. Ich nehme hier den Gleitvogel. Wo ist er? Kein Platz. Und ein Steuerfeld. Ach, Moment. Moment. Andere Idee. Was ist denn jetzt, wenn wir das hier auch als Rampe benutzen? Oh, Moment mal. So. Den Dreier packen wir. So dran. Dann ein Steuerfeld da oben drauf. Und dann gib ihm. Scheiße, gut. Nicht schlimm. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Nehm die Scheiße hier weg. Die Scheiße hier weg. Die Scheiße irgendwie hier so hin. Und jetzt probieren wir das und ziehen direkt nach oben. Scheiße. Okay, Moment. Probieren wir es doch einmal so, wie ich vorhin probiert habe. Nein. Nein, nein, nein. Oh. So eine Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Ich muss das jetzt irgendwie so probieren. Absolut keine Ahnung. Oh. Oh. Gebt das Vögelchen so wenigstens ab in die Lüfte. Das wäre schön. Das wäre schön. Das wäre schön. Ach, das gibt's doch nicht. Ey, lass los. Ach, nee. Nein, 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 nein. Oh. Ah, jetzt ist eh, okay. Jetzt ist eh RIP. Fuck. Wie sind wir da hingekommen? Nein. War das letzte Mal gespeichert. Scheiße. Ja, dann müssen wir jetzt folgendes machen. Scheiße, ey. Och, ich hab keine. Ich hab keinen blassen Schimmer. Okay, wir machen hier Schluss für heute. Ist ein Problem für Zukunft, Marvin. So. So. Aber wir sind doch echt weit gekommen. Bo communications東西. Aber. pr-. Fah. Boa. 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 Boa.